Ich sag mal so, es war von vornherein schon ein Kapio. Ich hab nix gemacht. Ich werde heute über die höchste Rampe in ganz BMG springen, Freunde. Ich hab sie endlich gefunden. Es ist die krasseste Rampe in ganz BMG. Wir werden drüber fliegen. Ich klatsch gar nicht mehr so lange. Halt auch auf den Like oder auf den Abo-Button, wenn es euch gefällt. Und jetzt viel Spaß. Hab ich zu viel versprochen. Guckt euch bitte mal die Map da drüben an, was wir hier noch alles richtig Cooles machen können. Sieht auf jeden Fall richtig wild aus da drüben. Der Haifisch, den haben wir ja schon mal gemacht. Also, Freunde, da kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Aber heute, die größte Rampe in ganz BMG am Start. Ich hab hier auch schon so einen kleinen Panzer vorbereitet. Ah, der kleine Luigi mit der Kanone obendrauf. Und guckt euch diese riesige Rampe mal an. Luigi, lass mich nicht im Stich. Luigi, jetzt drehe dich mal. Ich will doch grad die Rampe zeigen. Och nee. Ja, und ja, gutes Länge noch gekriegt. Und Luigi, komm. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Reifenblatt, alles gut. Luigi, die Kanone obendrauf. Beschützt die Ware, beschützt die Ware. Und die... Ach, nein. Nee. Dann muss ich das nochmal so zeigen. Ja, passt auf. Also, hier seht ihr diese Rampe schon. Okay, also hier geht's runter, bergab. Nicht bergauf. So, und ich hab hier schon den BMW am Start. Sag mal, also die Rampe. Was macht der? Was sackert der auch so? Die Rampe macht aber mies Auge auf meine Autos. So, warte. Der Motor ist durch. Der Motor ist durch. Wir drücken drauf und wir fliegen. Ich mein, guckt euch diese Rampe mal an. Wie übel groß die ist. Und passt auf. Oh Gott, jetzt bin ich mal ganz gespannt, was Videos, wie es uns hier erwischt. Und die Aufgabe heute ist, ja. Wird es überhaupt irgendein Auto überleben? So ein kleines Landing einmal hinzubekommen ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig. Aber da sind natürlich zwei, drei Tanks mit am Start. Aber das Auto hier, Freunde, das gehört auf jeden Fall nicht mit dazu. Von mir aus können wir später auch noch mit einem Bus abspringen von der Rampe und mal gucken, wie weit wir fliegen können. Aber erstmal, holen wir hier Sebastian Vettelbrue hier raus. Okay, gönnt euch einfach, was für ein krasses Handling das Auto hat bei so einer Geschwindigkeit. 170, 180, 90, 200 und Absprung. Fliegt auch ziemlich gut, oder nicht? Gönnt euch. Gönnt euch, ich kann richtig heftig manövrieren in der Luft. Das könnte schon das Auto sein. Ich dachte, eigentlich müsste er einen Tank... Das ist das Auto sein. Das ist ganz und gar nicht das Auto. Nein, oh mein Gott. Aber immerhin, jo, alles klar, da kommt noch unser Rumpf angerollt. Alles klar, also... Das links durch. Janky! Janky, alte Kanone. Freunde, gönnt euch. Ich drück komplett aufs Gas. Aber er will irgendwie nicht. Los, Janky! Los! Jetzt will er, jetzt will er, okay. Also der alte Jenkins ist natürlich auch wieder mit am Start, Freunde. Mit den Spaghetti-Reifen. So, passt auf. Wir drücken immer... Der lässt sich auch... Guck mal, das ist so ein mittelalter Auto, ja? Und der lässt sich einfach saugut steuern. So, und die Absprung! Schauen wir eine coole Drehung. Janky! Ach ja. Janky, du bist auch eine alte... Du bist eine alte Flugmaschine. Kann ich sagen, was ich will. Passt auf. Wir landen rein und... Wird es eine kleine Landung hier? Also das war eine der geilsten Landungen, die ich je gesehen habe. Ich sag mal so, es war von vornherein schon ein Cabrio. Ich hab nix gemacht. Mich würde ja mal interessieren, wie sich jetzt so ein fliegender Bus macht. Meint ihr, wir schaffen es da drüben auf die andere Seite des Sees zu fliegen? Das wäre schon ziemlich cool, ne? Passt auf. Ich drück mal aufs Gas hier. Oh. Oh. Nach links, nach links, nach links. Und... Abflug! Oh, wir schaffen es easy auf die andere Seite des Sees, glaube ich, oder? Gönnt euch! Über den Wolken, da wird die Freiheit nur kreizend sein. Ich glaube, irgendwie so geht das. Oh, jetzt sind das hier aber eine ganz komische Wendung an. Da unten der Ehrenplatz, Freunde. Denkt dran, immer der, der abschreibt, Freunde, der darf da unten sitzen. So, wir gehen runter und... Was ist denn das hier? Sind das die Alpen oder was? Nee. Der bringt uns wieder zurück zum Spawnpunkt. Hochziehen! 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 Gleich bringt eine andere Taktik was. Ja, passt auf. Wir fahren hier runter, so. Ja, ja, ja. Pass auf. Und dann werden wir kurz... Also, ich werde noch nicht... Ich werde vom Gas gehen, dass wir erstmal ein bisschen gleiten. Und wenn das Ding gerade in der Luft... Ja, okay. Seht ihr, was ich meine? So, jetzt gleiten wir. Und... Jetzt aufs Gas drücken! Hoch! Ja! Es funktioniert! Wir sind im Gleitflug! Guck mal, ich muss auch gar nicht die ganze Zeit drücken. Ey, ey! Gönnt euch! Wie wild es wäre, wenn wir es da schaffen, da oben zu landen. Warte mal. Ey, das wäre zu wild. Passt auf. Und gönnt euch, was wir hier noch alles machen können, Freunde. Also, die Map einfach todesnice. Passt auf, schaffen wir es? Ja! Ja! Oh mein Gott, wir schaffen es! Und... Nein! Bremsen, 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 bremsen! Bremsen! Nein! Wir haben uns so gut geschlagen, aber ich würde sagen, das war trotzdem gültiger Versuch. Ja, das leg ich jetzt trotzdem hin. Aber, ey, also, ich hätte nicht gedacht, dass wir es rüber schaffen, muss ich ehrlich sagen. Guckt euch das Prachtexemplar an, Freunde. Mit dem Adler-Design können wir nur König der Lüfte sein. Und versuchen natürlich auch hier über die Rampe zu springen. Ja, ich drücke mal hier aufs Gas. Ihr seht es. Fünfter Gang schon bei 20 km per hour. Aber, ja, okay, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben. Aber 100, 120, 30, 50, oder ja, 50. Unser Motor macht schon schlapp. Wie doll werden wir abspringen? Ich bin der König der Lüfte! Einfach mit dem Adler da drauf, ey. Sieht schon ziemlich cool aus. Und werden wir diesmal gerade landen, weil ich meine, so ein LKW, der ist natürlich schon ein dicker Tank. Und auch der LKW wird... Den hat's gewickelt. Den Bro hat's komplett gewickelt. Das Ding ist komplett durch. Dann macht vielleicht sein Cousin das Rennen, ja. Wenn schon nicht der LKW ohne Anhänger, das ist vielleicht hier so ein LKW mit so einem Container hinten drauf. So, oh Gott, nicht so weit rüber wieder. Die Sicht ist schon wieder ganz... Die Sicht ist problematisch. Oh, nee, ein bisschen Offroad. Ein bisschen Offroad, aber das ist eigentlich gar kein Problem für das Ding. Oh Gott, unser Verdeck. Sag mal, unsere geheime Ladung. Oh, nee. Freunde, also unsere Ladung, ich glaube, da geht's nicht mehr so gut. Aber das Ding ist durch. Das Ding ist einfach durch. Und ja, wobei, ist es durch? Wo wir hier noch runterschleiden in die DMs. Ja, Freunde, das Ding ist komplett durch. Da muss ich ja wohl nichts mehr zu sagen. Wie weit schafft es eines der schnellsten Autos in Bimangir zu springen, Freunde? Da bin ich mal gespannt, ja. Bei dieser mordsmäßigen Rampe werden wir mal volle Kanonen aufs Gas drücken. Ich glaube, das Auto ist abgeriegelt bei 2,50, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, 2,15. 2,50, ja. 2,14 haben wir geschafft. So. Wir fliegen. Ey, es wäre schon richtig wild, einmal zum See zu kommen. Nein, mit irgendeinem Auto. Ich glaube, aber weiter als so können wir eigentlich knicken. Und auch diese... Wie eine Rakete. Sag mal, das war die zweite Mondlandung. Und gönne ich das Auto. Das Ding ist auch komplett im Arsch. Nö, der Audi S8, Freunde. Das Poser-Auto schlechthin. Wir drücken aufs Gas. So, und... Hä? Hä? Ja. Ja, ja, ja. Egal, alles gut. Da ist gut nochmal gerettet. So, und jetzt drücke ich drauf hier. 160, 170. 145 hatten wir, glaube ich, gerade beim Absprung. Und wie weit schaffen wir es, mit dem Ding zu fliegen? Er macht sogar noch so einen coolen Salto, ne? Das könnte ein geiles Landing... Was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Nein, weil der Motor hinten ist und das Auto so schwer ist, sind wir hinten aufgekommen. Und jetzt sind wir... Oh, was? Wilder Trick. Ja? Wilder Trick und noch am Baum vorbei. Freunde, das war bisher eins der cleansten Landings, die wir hatten, muss ich sagen. Und ich meine, das Auto ist vielleicht platt, aber es fehlt nur ein Rad. Tesla Truck. Freunde, Elon Musk sitzt am Steuer. Er denkt sich, ich kaufe mal ein bisschen Dogecoin. Aber nein, nein. Auf dem Weg zum Dogecoin kaufen, kaufe ich noch ein bisschen Bitcoin. So, wir drücken hier aufs Gas erstmal. So. Elon, wie sieht es aus? Wie macht sich dein Tesla Truck? 140, 110, 100? Wir sind mit 100 abgesprungen? Elon, also ich dachte, da geht bei der E-Mobilität ein bisschen mehr, ja? Ich dachte, da geht ein bisschen mehr. So, wir machen hier auf jeden Fall einen coolen Flip. Und... Ja! Ja, ich gucke euch das Auto an. Eins der wildesten Landings mal wieder gehabt. Einfach komplett überlegt das Ding. Nicht schlecht. Elon, nicht schlecht. Oh, was kommt denn da noch angeflogen? Ein kleiner Reifen, Elon. Sag mal. Der elektrische Muldenkipper versus Superrampe, Freunde. Passt auf. Ja. Sag mal doch. Mach doch jetzt nicht den. Zurück, 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 zurück. Nein! Das Ding lässt sich auch einfach nur schwierig steuern auf der Rampe, ne? Ja, aber vielleicht ist das Landing noch ganz gut. Vielleicht wird wieder das Nashorn draus, Freunde. Wir gucken mal. Und... Also, das hier sieht mir ja alles andere aus als ein Nashorn. Und zwischen den beiden... Wir sind da fast stecken geblieben. Wir sind da fast... Wir sind da stecken geblieben. Ja, also, das Landing war doch noch eine 7 von 10. Tritra Triple Decker, Freunde, ist am Start. So, wir gucken mal und werden mal aufs Gas drücken. Also, ich bin mal gespannt. Das Ding ist ja ziemlich schwer. Aber, ich meine, es ist auch ziemlich breit. Also, vielleicht gleitet der Bus ja förmlich durch die Luft. Wir drücken mal hier auf volle Kanonen aufs Gas. Und... Okay, er sagt schon wieder, dass unser Motor schon wieder fast broke ist. Ja, ist der Motor durch? Ja, und komm, Schräglage. Dann können wir ein bisschen gleiten. Ja, doch nicht Schräglage. Aber, ja, das Ding ist auch ein Tank. Also, ich glaube, so easy wird der auch nicht kaputt zu machen sein. Wir gucken mal. Und... Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Guckt es euch an. Ich meine, neben... Ja, okay, vielleicht sind die Leute, die unten sitzen von mir aus. Die hat es vielleicht erwischt. Aber, ich meine, wer sitzt schon unten, wenn man auch ganz oben sitzen kann? Und die Leute, die oben saßen, denen geht es halt voll gut. Alter. Alter, was denn das? Einfach ein Hotdog. Pass auf. Ey, könnt euch. Stellt euch vor, ihr seid der Fahrer. Und der andere sitzt so da hinten. Könnt euch das dann einfach so... Ey, yo, kannst du mir kurz mal das Aufladekabel geben? Ja, alles klar. Ich brauche nur kurz eine 2-Meter-Verlängerung. Und so, wir drücken mal voll aufs Gas. Und vielleicht ist ja der Hotdog... Der Hotdog der Lüfte. Ey, guter Flug. Guter Flug. Okay. Ich drücke mal nicht mehr aufs Gas. So jetzt heißt nur noch Gleiten. Ne, ne. Ne. Nimm eine üble... Nimm ne üble Richtung an und zu Gott! Das Ding ist abgestürzt. Das müssen wir nochmal versuchen Freunde. Also das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ich drücke mal wieder hier aufs Gas. So. Und nach unten und oben geht nicht. Okay das heißt, das Landing wird wieder und s... Ey Mann! Freunde, ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir sind Auf jeden Fall mit einigen wilden Fahrzeugen Über die Rampe gesprungen Es hat Ultra Bock gemacht mal wieder Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir es rüber schaffen mit dem Schulbus Hat auf jeden Fall Ultra Bock gemacht Wenn es dir auch gefallen beim Zuschauen und dem BMNG Fällt mir doch gerne auf den Like und auf den Abo-Button Um kein BMNG-Video mehr zu verpassen Tut mir einen Gefallen, checkt noch gerne eins von den anderen beiden Videos aus Wir sehen uns im nächsten Video Schreibt einen netten Kommentar Bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao